Sagen wir, ich werde zu aufgeregt, um die Kleine da drüben anzumachen. Was für einen Rat hätten Sie? Bleib geschmeidig. Okay, okay, was ist, wenn ein cooler Song gespielt wird, aber ich traue mich nicht auf die Tanzfläche? Was mache ich dann? Bleib geschmeidig. Sie sind klasse, Mann. Was trinken Sie? Wir geben eine aus. Bleib geschmeidig.